Eines der Genusshighlights der Caffeo Varianza ist der Original Preparation Prozess für original zubereitete Kaffeespezialitäten nach italienischem Vorbild. Denn wie bei einem Barista ist für die Kaffeezubereitung die richtige Reihenfolge der Zutaten entscheidend. So wird beim Latte Macchiato der Espresso erst nach der Milch und dem Milchschaum beigefügt. Beim Cappuccino ist es genau umgekehrt. Genauso wie es sich gehört. Viel Spaß mit der Caffeo Varianza, euer Arthur vom Milita-Team.